Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde, hier nochmal zu einem kleinen Infovideo zum heutigen Tag, der besondere Tag, wo wir uns hier treffen und ein wenig zocken werden. Und zwar wollten die meisten auch wissen, um wie viel Uhr das alles stattfindet. Ja natürlich, werde ich euch jetzt sagen, nachdem ich jetzt viele Kommentare gelesen habe, mir viele geschrieben haben, auch viele, also es waren wirklich viele, im Gegensatz zu sonst hier im TS drin waren, weil die meisten anscheinend gar nicht wissen, dass ein TS überhaupt vorhanden ist, weil es ein Kanal nicht so offensichtlich ist. Nun da, jetzt wisst ihr es durch das Infovideo, wir werden uns zwischen 5 und 6 Uhr, ist mein Vorschlag, hier im TS treffen. TS steht immer noch, so, das zeige ich euch jetzt nochmal. Ja, ihr habt jetzt auch gerade gesehen, Kronk und so weiter, man kann immer noch aus anderen Let's Playern lernen, ich gucke auch immer sehr gerne. So, dann schauen wir jetzt nochmal auf meinen Kanal. Und zwar findet ihr hier nochmal die TS-Daten. Und nochmals, T-Worlds ist kostenlos downzuladen. Entweder auf Chip oder von mir aus auf T-Worlds.com. Aber es ist völlig kostenfrei, es kostet euch nichts, es soll einfach nur ein Juck sein, dass wir das gerne spielen. Es macht auch ein tierisches Thunder-Spiel, das ist eine Art Comicspiel mit kleinen Blasen, die ihr euch designen könnt. Und glaubt mir, es wird ein lustiger Abend. Also wie gesagt, ich muss auch nochmal gucken, wie das morgen genau funktioniert, aus dem Grund. Ah, schaut, da ist auch nochmal hier Bunny Fischer reingekommen. Hallo Herr Bunny Fischer, auch wenn du jetzt vielleicht das Infovideo nochmal siehst. Es passen 10 Leute hier ins TS. Wenn es mehr werden, ich glaube nicht, dass es mehr werden, dann werde ich einen anderen TS aufmachen. Ich kenne da so einige, wo ich auch erwünscht bin, wo ich auch sagen kann, hey komm, ihr könnt hier reinkommen. Und nun ja, ich denke, es werden aber nicht mehr als 10, dann suchen wir uns auf jeden Fall einen kleinen gechillten Server, nachdem alle eingetroffen sind zwischen 5 und 6 Uhr. Ihr könnt gern, wenn ihr wollt, mir noch ein paar Fragen stellen, wenn euch irgendwas interessiert, wie zum Beispiel, wie ich das hier alles handle oder was es noch in Zukunft kommen wird oder sonstiges. Wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr morgen da seid. Umso mehr, umso besser, es wird ein lustiger Abend. Also auf dann, bis dann, euer DougElli. Tschö, tschö.